Sektor ist klar. Gib uns alles, was wir haben! Alle Wings! Wir müssen alle diese Positionen gegen den Ansturm des Imperiums verteidigen. Rafft euch ein! Countdown läuft! Alle zu mir! Rund, Rund! Rund, Rund! 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 Wir halten zusammen! Granate, komm! Schubanka hat sich unserer Seite angeschlossen. Planate, komm! Ja! Dies ist unsere verzweifelste Stunde! Was ist los hier? Wir machen das auf die Haft. Ich glaube, ich habe da jetzt was zu tun. Unser Taps war bei mir. Ich leichte dich, Werner. Achtet auf eure Sensoren, ja? Vorwärts! Ich bin ehrlich, ich habe nichts von dem Ziel. Du solltest ein bisschen netter zu deinem Generäle. Fang an zu salutieren, dann reden wir weiter. Jetzt kommt es darauf an. Unsere Verteidigung muss nur noch einen Tick länger halten. Kämpft weiter! Jetzt brauchen wir nur noch einen Zuge. Er ist hier sicher irgendwo. Du bist ein nervöses Kerlchen, nicht wahr? Der Angriff des Imperiums kommt schnell zum Erliegen. Haltet einfach noch ein bisschen durch. Schreckt sie. Es ist immer eine Tugend. Wir haben bewiesen, dass Tattoo... Dieser Angriff wird dem Imperium einen schweren Schlag versetzen. Macht euch bereit und möge die Macht mit euch sein. Dieser Angriff geht weiter, sobald wir eine interreale Position in diesem Gebiet erobert haben. Der Angriff kommt! Ah! Bleib zurück! Wollen wir? Auch nicht warten noch andere hier. Können wir vielleicht... Eine Anleitung war keine dabei, aber das kriegen wir. Dramatische. Wir haben die erste Angriffsphase abgeschlossen. Wir haben die erste Angriffsphase geschlossen. 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 Diese neuen Positionen müssen als nächstes attackiert werden. Wir haben die erste Angriffsphase geschlossen. 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 Angriffsphase geschlossen. Wir haben die erste Angriffsphase geschlossen. Granate! Kraft her! Lä monks anrufen! 할סけ! rangehurt! Das war's für heute. 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 Nicht dagegen. We're in training. Das war's für heute. 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 Ich bin's. Ich bin damit. Ich bin ein paar Minuten. Und das war's für heute. Ich bin mitglieds des imperialen Senats. Der Angriff des Imperiums werden geschehen. Dieser Angriff wird dem Imperium einen schweren Schlag versetzen. Macht euch bereit und möge die Macht mit euch sein. Feuer werden alle, die für die Freiheit beschürzt sind. Ich gebe Glück ein. Dieser Angriff geht weiter, sobald sie eine imperiale Position in die Gebiet erobert haben. Was ist das? Da ist Ihr Angriff. Da ist sie! Der Kapiterium hat meine Truppe an diesen Positionen gedammelt. Da muss sie sich angreifen. Schubacka hat sich unserer Seite angeschlossen. Ja! 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 Was ist los? Ja! Mal sehen! Zweite Angriffsphase erledigt! Diese neuen Positionen müssen als nächstes attackiert werden. Das Imperium wird keine Chance haben. Ja! 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 Ja, der Maul. Die Auffrau! Ja! 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 Was ist das? Auf zum letzten Vorstoß! Angriff! Das Imperium steht mit dem Rücken zur Wand! Wenn wir eine Position sichern, zieht es sich auf ganzer Front zurück! Gehen wir! Bleibt in meiner Nähe! Ich zeige euch, wo es lang geht! Aus! Aus! Die Hofe wurde� Gehen wir um einen? Nein! Gehen wir nicht. Gehen wir nicht. Segen sie an distincti Ebeneien wokst! Untertitelung des ZDF für funk, 2017